Ich bin genau oben! Genau! Sag ich auch immer! Kacke, Beton! Sven! Scheiße, was sagst du? Sven! Der ist an meinem Arsch! Der ist an meinem Arsch! Der ist an meinem Arsch! Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserer Warzone Miniserie. Mit Draston haben wir wieder eine sehr krasse Runde hingekriegt. Am Anfang sah es nicht so danach aus, aber im Laufe der Zeit wurde es immer krasser. Und es ist auf jeden Fall wert, bis zum Ende zu gucken. Ist auf jeden Fall ein bisschen episch, auch mit dabei. Sven hat eine ganz bestimmte Rolle übernommen. Und ich hoffe, ihr habt da sehr viel Spaß in der kleinen Serie. Und auch natürlich dieser Folge hier. Irgendwie cool. So, 26 Leute noch? 20 noch? 15? Okay. Der war bei einer Hamlet oder was? Nee. Zehn Leute sind bei uns. Ich lande perfekt! Ich lande auch perfekt. Nee, war im Haus. So. Alles klar. Ich brauch nur noch eine Waffe. Okay. Schatty. Okay. LMG. Kann man schon mal wehren gegen Leute, die jetzt landen. Aber... Das bringt mir doch nicht viel. Erstmal in die Scheune rein. Ist ja nur graue Sachen. Eine epische. Oh. Bei dir. Das, Sven. Zwischen uns. Der war schon hier. In dem Haus. Zwischstelle ist er in dem Haus? Ja, da wo ich markiert hab. Der ist rechts abgegangen. Okay. Bei mir sind zwei. Oh shit. Oh, ich bin verstaunt. Noch einer? Oh, Sven. 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 Drei Leute. Alles klar. Das ist ein ganzes Team. Betut. Was stimmt die? Hier. Drei Leute. Ja, er ist K.O. Okay, betut. Oh. Gulag. Geil. Oh man. Haha, ich hab das Team geholt. Ja, alle? Ja, die waren alle. Nein, da fühlst du mich. Ich hab grad die so von der Seite. Nice. Jo. Hatten die was geiles? Äh, ich guck. Stube-Munition. M19. Ja. Oh. Boah. Wann der für sieben? M13. Annäherungsmine. Okay. Und die x16. Wir wollen nämlich alle von den schon grad wiederbeleben. Boah. Schieß doch nicht auf mich! Du hast eine Platte? Guck mal, die hab ich alle zurückgeholt. Ja, nice. Einen hab ich auch geholt. Ich hab dadurch jetzt nämlich zwei Kits. Nice, Sven. Ich hab auch zwei. Ach, und hier lieg ich. So, Junge, gestorben. Hast du grad noch Geld geklaut? Wow. Ich vorkasse, ich vorkasse den Geruch bringen, aber das wäre nicht gut gewesen. Das Kartoffel war ohne Wierwolding. Ich hab dich gerecht. Und du hast mein Geld geklaut. Wenn ich daneben stand. Grüßt ihm. Ja, genau. So siehst du aus. So, ich warte dann wieder auf die Ausrüstung, auf die Ausrüstung. Also, Farblend wird echt nie langweilig. Nee, Farblend ist außen. Ach, krass, hier oben sind auch Sachen. Oh, aber nix geiles. Oh, doch, Herzstack-Sensor. Der ist außen. So. Oh. Okay, immerhin. Tohle? Ja. Wächter. Gut. Ja. Will ich's werden. So, weil ich dir ja nicht erfahren habe. Leider, da muss doch was oben sein. Geht schon wieder den Knichel hier. In meinem Haus. Aber weißt du, über das ich das Bild. Wollte ich den Gegner. Ja, weil ich oben links vorher geguckt habe. Okay, wird geschossen. Mhm. Wir sind in der Sicherheitszeit. Ah, doch. Du wirst von einem freundlichen Team verfolgen. Ja, Sven. Sven, viel Spaß. Äh. Wir sind nicht weit weg. Wir können einfach, wir können beprison sein. Wir können auch einfach direkt hier in der Nähe sein. Geh nach oben, nach oben hin. Hm. Scheibe ist kaputt. Ja, da bin ich bei durchgesprungen. Ich bin schon Deadly. Ja, Deadly, kommt auf euch zu. Ja. Lass ihn herkommen. Lass ihn herkommen! Muss er! Der fährt gerade noch im Herbst. Ich glaube, der hat mich gesehen. ja da guckt genau das feste rein ja da schießt so weg okay also ich habe zweimal mit der rpg vorbeigeballert einer ist beifahrer einer ist normal das ist das erste mal bedrohung 2 weil er so in der nähe ist keine schnitte zu krass zu krass von dem wagen die land bestimmt irgendwo und kommt dann wieder hin bestimmt das ist so ein bisschen schade ich habe zweimal mit der rpg vorbeigeballert vermissen allerdings eher drei wer weiß grün für sieben dann hat man ich habe ihn lassen ich habe ihn verkaufen und ich möchte sie wissen so die können ruhig noch mal kommen ich habe wieder einen schuss ich hoffe wieder was ist jemand bei mir reingekommen zu hause ich habe auch vorhin rumgeballert und wo ihr panik gemacht habe habe ich auch nicht gesagt dass ich so da war schon auf den berg ähm nicht berg oben auf dem ähm wasserturm da sind die wieder die du ließ du bist sicher du hast die feinlichen verfolger abgaben ich bin sicher ne die sind auch da Sven die seht ich nur nicht mehr da sind wir noch da ich bin jetzt sicher Mama ok alter ist er gut holter der schatz wir sind ungünstig ja ich wollte aber mit der rpg schießen haben sie sie? äh äh du bist denn angehittet aber der kommt gleich ok das gas weitet sich aus sicherheitszone verlegt versuche mich dann an der ausrüstung ich helfe gleich wieder so oh ja jetzt ist bei euch dach lang nechtern nechtern der tod nein ja jetzt ist der tod tief ausgelöscht oh nice die werden helikopter dudes weißt du wissen auch nicht wenn genug ist also da müsst ihr hin Nein, das wollte ich auch gar nicht. Schätze? Das wollte ich nicht. Wir haben die Munitionskiste gefallen lassen. Scheiße. Na was geht? Marabiner. Da komm. Ehlehrt meine Waffe. Na dann ist das so aus. Das Ausrüstungsding ist wieder hinten. Können wir uns doch. Hm. Ich habe mit der Zeit gewollt beschäftigt war. Eine Munitionskiste. Ich glaube das die AK die ich jetzt hier habe auch gar nicht so verkehrt ist. So. Ich mache das so. Ich habe auch noch eine Munitionskiste gefallen lassen. Da könnt ihr euch komplett auffüllen damit. Was geht denn? Dahin wo ich markiert habe der Grüne. Ja. Ich fahr euch hin. Falls ihr nachfüllen wollt. Ja. Ja. So. Ja. Okay. Ich bin anscheinend schon voll. Okay. Ja. Du bist richtig hier. Wir sind richtig hier. Ah. Nein. Mit C kann ich Sitzflatz tauschen. Wupp 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 wupp. So hier sind doch immer Gegner. So. Gleich zur Strecke. So, Roadkill, you're coming. Schade, das ist mein nicht. Komm doch. Ah, hab mir. Oh! Mach sie, glaubst du gleich, ich mache hier. Wunder Herr, exping. Ab in die Gasse. Alles klar. Bohohohohohohohohohoh! Das ist schwer. So viel ist mein Roadkill. War knapp. Ja. Nur noch zwei Reserve. ich habe so jetzt zwei die werde ich jetzt verwenden der verleidert mich andersrum wie ich da haben wollte wo habe ich so viel geld her von dem kennengraben vielleicht hier ist noch eine gasmaske ich glaube ich habe ich glaube ich habe die legendäre ak war seiner möchte habe ich auch gut das aber die andere karte habe ich aber nicht in gold 90 ich bin nicht ich dachte ich habe herrschen so granaten herrschen so sieht ähnlich aus ich habe einen herzschlag sensor sagt hier ist rund um nichts zwei leute da wo ich hier gucke wo wir genau woher kommen zwei leute da wo die ganze bohle sind ja da kommen aber nicht den sind noch weit weg 30 meter entfernt so weiter weg noch kommt nicht mehr nicht über wegen sich von uns weg Ja. Okay. Da noch mal hin. Okay, ja. Ja, es ist nicht mehr. Na, ist klar. Ja. Probieren wir mal. Ja. Kido-ki. Okay. Na, kurz vor. Na? Oh! Und sich. Komm, ich hack dir mal einen Schrecken ein. Okay. Ich bin unsichtbar. Na, auf jeden Fall nicht in der Richtung. Schon wieder bewegt? Ja, ein Tickchen. Aber dann, ja, dann fließen wir halt 50 Meter, ist hier nichts. Aber hier kommt ja meistens auch immer ruhig gerne her. Wo ich jetzt grad bin. Ja, die anderen beiden machen wir halt noch ein bisschen zu gedrängt. Ja. Ich guck auch ganzes halt, aber da wo die hingelaufen sind, sind sie nicht mehr. Das Gefühl schon wieder weg. Die waren nämlich eben bevor ich zu euch aufgeschossen hab, waren sie noch mal ganz nah. Dann hab ich mit der RPG rumgeballert, dann waren sie weg. Aber ich hab sie nicht erwischt, glaub ich. Na, war das nicht mehr lang. Nein, der ist 50 Meter, ist er nicht. Okay, wir müssen wieder nach Norden. Kidoki. Jawohl, ja. Ja, in Richtung Safe Zone ist noch nichts bisher. Ja. Wir müssen noch nichts. Für halt Schüsse. Mhm. Mit Titel genüge. Oh, da war noch nichts. Was war das? Ach ja. Das Gas nähert sich hier. Ja, ist klar. Ja. Ja. Ja, hinter uns. Oh, da ist auch Punkte auf der Karte? Ja. Ja. Zwei. Ja. Ja. Ja, ich glaub auf dem Hoch, äh, auf dem Wollkratzer da. Oh, da fällt mal ein. Ja. Luftraum nicht frei. Ja, komm her. Luftraum. Luftraum. Ja, komm mit Luftraum. Die Luftraum ist nicht frei. Jetzt kann ich jetzt wieder. Alles klar, besuch sie mal da oben. Ich hab ein Fahrzeug dafür. Entschuldigung. Keine Treffer, die Mann. Keine Treffer, schade. Schade. Oh, meine. Ja, das ist eine Schützung. Ja, wow. Ja, der muss schüttern. Da hinten. Da ist wieder ein Punkt auf der Karte. Ja. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ne, er hat den letzten 50 Meter in Nörden im Umkreis. Was weiß. Okay. Ola! Nein! Lüfte. Boah, ich bin genauer. Genau. Das sag ich auch immer. Kacke, Beton. Sven! Scheiße, was hast du dran? Sven! Der ist an meinem Arsch. Der ist an meinem Arsch. Der ist an meinem Arsch. Ich hab ihn gekillt. Jetzt auch einer. Scheiße. Scheiße. Scheiße, ich bin tot. Okay. Aber du lebst noch, Rasko. Zwei Stück kommen. Ich lieg da noch, aber ich bin gleich weg. Ja, ich bin da. Ich bin da. Da, wo ich gestorben bin, da kommen zwei Stück. Ja. Geht mein Bestes gerade. Okay, was machen? Okay, ja. Kannst du versuchen. Wenn wir die weg haben, kann ich ihn wieder freikaufen. Ja, ich hol ihn direkt. Im Zweifelsfall ist er, äh, ähm. Ist er unser, äh, Gedingse. Was gerade? Habe ich jetzt was abfolgen lassen? Wow! Auf dem Dach ist auch keiner. Oh. Achtung. Einschlag. Kein Erfolg. Schade. Das Gas kommt näher. Soll ich hochklettern? Ja. Da kommst du nicht hoch. Alter, komm, da kommt einiges jetzt auf uns zu. Zwei von links. Also quasi da, wo du gerade hinguckst, da sind zwei. Ich werde dich nicht holen können, oder? Nee, kannst du nicht. Ich habe mich voll falsch hier abgeschossen. Ich habe mich voll falsch hier abgeschossen. Nein! Ist klar? Ich lege mich mal da hin. Ja. Und erst mal Rüstung. Der nächste ist, äh, auch wieder links. Auf der anderen Seite vom Haus. Da kommt gleich. Vermutlich. Ah, da wird gemacht. Ah, da wird gemacht. Ja, da wird gemacht. Also, es kommt aber wahrscheinlich dann noch einer. Wäre schön, wenn man eine Klemmer mal aktivieren würde. Ich habe die nicht umsonst eingelegt, Leute. Wird mal nett. Ich habe zwei Klemmer schon verteilt. Ja, der nächste ist auch wieder da. Genau die gleiche Richtung. Ja. Lassen wir das safe, und das passt noch. Ja, genau. Wenn wir halt zu dieser Box in der Mitte kommen würden. Warte. Warte. Wir machen das jetzt so. Ja, komm Sven. Nochmal. Ist schwierig da einzusteigen dann. Egal. Mach dir nix. Ganonenfutter. Ablenkung. Ja, genau. Du machst das denn. Das ist deine letzte Chance, es noch was zu machen. Ich guck nochmal Herzschlag-Sensor. Gas breitet sich aus. Oh shit. Ab in die Sicherheitszone. Ach, ich guck immer noch. Wie viele noch leben. Bin unterwegs. Boah, sechs Teams noch. Okay, wir müssen. Oh Mann ey. Sven, Mastard. Markier so viel du kannst. Was? Zehn sind noch übrig. Nicht nachlassen. Klar. Weißt du, wenn du sagst? Nein. Gezählt es auf jeden Fall einer? Ja. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Das ist deine letzte Chance. Bring es zu Ende. Alles klar. Ich habe noch eine Gasmaske im Zweifelsfall. Oh. Kann man Rüstung. Ich ziehe nochmal Rüstung an. Also hinter dem Haus können... Also... Können auch nur zwei gleich kommen. Ich glaube du jetzt... Auf der anderen Seite genau. Auf der anderen Seite genau. Auf der anderen Seite von dem Haus waren noch welche. Also der Zelt ist auch auf jeden Fall einer. Da wo ich gekündet habe. Okay. Dann sind auch vier Ziele übrig. Gut gemacht. Lebt doch einer. Genau. Ne. Fünf. Klar. Müssen. Nein. Ja. Kommt der Schein. Ja. Hab ihn. Wo ist er? Hab ihn. Easy. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha. Ja. Das war der Außenzelt. Wahrscheinlich. Meine Hand tut weh. Aber. Die Außenzelt. Boah. Und wir flischen zu dritt. Ja. Ja. Wir haben einfach einen random Typen auf der Strasse gefunden. Und die haben gesagt. Okay. Du hast ja Sven. Passt. Ah. Oh mein Gott. Geh. 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 Das Spiel das ist nicht zu meinem Herzen. Geh. Aber das war auch lucky teilweise. Einer hat mich gekillt. Ich konnte mich halt selber aufgeben. Der saß auch mit nem Arsch auf mich drauf. Mhm. Hat halt gedacht. Okay. Da liegt der. Kruppelt da noch ein bisschen da rum. Weißt du. Aber ich hab's vielleicht auch gemacht. Alter. Vor allem 1 kill. 1 kill. Und 4 unter 2 Schaden. Das kann doch nicht sein. Egal. Egal. Nice Leute. Nice. Das ist gar. Al. Ah. Wow. Ich bin nur 1 Level aufgestiegen. Ah. Ich hab die M13 freigeschaltet. Ah. Ich schalte grad alles frei. Ah. Ich hab irgendwas für die AK freigeschaltet. Und noch was für die AK. Oh. Da. Ich schalte grad sehr viel für meine wunderschöne M4 frei. Hm. Nice Leute. Nice. Nice. Geh. Tschüss. Ich hab die nicht erwartet. Das wäre schön. Das wäre schön. Nei. Das wäre schön. Egal. Aber ich hätte auch Eachine. Dann wäre es eine einfache. Untertitelung des ZDF, 2020